Grüß' euch Leute und herzlich willkommen zur heutigen Session. Diesmal wir euch gemeinsam mit dem Klausi Das Lied, so leicht könnte man sagen, von Chris Steger vorstellen. Das ist eher so ein neuer Frau Austropop-Künstler. Aber der hat mit 19 schon am Donneresl festgespielt. Also den kann man sich durchaus einmal reinziehen, wenn man Zeit hat. Und das Lied beschäftigt sich heute mit dem Thema Gesellschaft und Umwelt und so weiter. Und das sind sowieso so lange Themen, die mich persönlich triggern. Und deshalb habe ich gedacht, das muss ich euch unbedingt mitnehmen. Without further or do! Ich bin soweit! Drei, vier. Und die Menschen kriege ist die Liebe doch viel stärker als uns. Doch ich hab' da besser, wenn die Jungen doch was anderes geh'n. Und da ist es schwer, ja doch so leicht. Und was auch. Ich hab' da geschossen. Mama, kannst du mir aber wissen, was ich gar nicht versteh'. Und wir haben geschossen auf die Menschen, die da nicht einmal kennen. Wenn wir nix tun, dass der Sohn es einfach nimmer passiert Dass die Liebe überm Koss dreht und fieb Wenn wir da ruhig sind, wir schwester und Brille Wenn wir da ruhig sind, steht man keiner am Rang Immer ins Land und versteh man nicht wieder Mama, so da ich kennt was 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 Mama, kannst mal sagen, warum sind wir Menschen so wie wir sein Warum bringt man alles wieder aus der Erde und ist doch bloß was machen Was ja man letzten Wochen und die ganze Zeit vergeht jetzt auch Wär man mehr, dass man will, fressen wir kaputt Mama, kannst mal sagen, wir haben die Bomben und die Welt zuzustellen Wenn wir nix tun, dass der Sohn es einfach nimmer passiert Dass die Liebe überm Koss dreht und fieb Wenn wir da ruhig sind, steht man keiner am Rang Immer ins Land und versteh man nicht wieder Mama, so da ich kennt was Wenn wir da ruhig sind, wir schwester und Brille Wenn wir da ruhig sind, steht man keiner am Rang Körper im Barcelona Immer ins Land und versteh man nicht wieder Mama, so da ich kennt was 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 Eine ziemliche Weltnummer, also mittags ja. Ich hoffe, es hat euch auch sehr gefallen. Ich hoffe, wir machen mal eine kurze Verbeugung. Schöne. Und damit bleibt uns nicht mehr viel zu sagen, außer wir wünschen euch eine fantastische Woche. Lasst es grochen, macht es gut. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Ciao.